So, entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, ich komme wieder zurück zu... ...dead right... ...sing... ...ein Sinkernester! Wait, 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 wait! Yeeeeee, boah! Okay. Nein, 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 nein! Oh mein Gott, Hilfe! Is she tot? Emily is tot! Okay, Emily is tot. Sorry, Emily. Ähm... Warum sterben hier eigentlich alle? Habe ich zu lange gewartet am Anfang? Oh mein... Oh mein... Es tut mir so leid. Okay. So eine Scheiße! Wait, 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 wait! Zieh dich doch jetzt! Mist! Mist! Wie komme ich zum Deiner zurück? Alles klar, ey! Wie komme ich zum Deiner zurück? Witzig! Wow! Alter Schwede, ey! Okay! Das ist viel zu viel! Das ist viel zu viel! Wow! Oh mein Gott! Das ist... Das ist... Darunter will ich mich! ja und tschüss Himmelarsch ey was hat der da? Bauarbeiterhelm okay das ist ein Schmarrn den kann ich mir aufsetzen so gleich sind wir bei unserem Diner oh ja oh mein Gott ey andere Überlebende zum Glück immerhin bin ich nicht alleine was ich ja Knarre was für Gespräche ey die letzte Dosis wir haben fast nichts mehr wenn deinesgleichen ordnungsgemäß Zombrex Chips tragen würde hätten wir nicht diese Probleme die werden per GPS verfolgt das sind Gefangene sie befolgen das Gesetz diese Chips enthalten Zombrex damit aus Infizierten keine Zombies werden oh ja hat wohl nicht geklappt sieh mal raus ach ihr Illegalen macht nur Ärger haltet die Schnauze sie werden uns noch hören oh 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 nein oh nein nein ausschalten oh nein ich will nicht sterben nein 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 Mutter Mutter es wird alles gut okay okay ich werde dich immer beschützen ich habe Angst oh mein Gott seht euch den an oh boy was zum Teufel was zum Teufel oh alles klar okay okay keine Werkstatt meine Leute erwarten mich Kleine bleib besser bei uns ich versuche mein Glück okay Nick die Zombies kommen jede Sekunde rein wir müssen was tun wir haben nichts um sie abzuwehren du bist gut im Reparieren hier liegt doch eine Menge Zeug rum ach vielleicht kann ich was basteln vielleicht kann ich was basteln Vorschlagkammer Vorschlagssäge äh warte finde Bobblin die Kürze wenn ich dir werfen halte F gedrückt um das Inventar aufzurufen drücke 1 um deine ersten Gegenstand ausfällen und mit suchst du den zweiten Gegenstand aus drücke erneut um deine oh okay 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 Leute wir müssen durch die Hintertür raus da sollten weniger Zombies sein ja wow okay okay folgt ihr mir jawoll diese Barriere muss da weg drücke um die Karte aufzurufen über die Karte kannst du wichtige Punkte finden und den Fortschritt der Mission verfolgen okay die Legende zeigt die bedeutende unterschiedliche Symbole du kannst zwischen Legenden an denen du C drückst warum hat sich denn gerade mein Spiel verabschiedet oh mein Gott Jesus was ist eigentlich los was ist eigentlich hier los hey es ist also wir versuchen nochmal hier unser Glück einfach nochmal unser Glück probieren kann ja nicht schaden ich halte immer mich sowas von bereit ey okay wir müssen durch die Hintertür raus da sollten weniger Zombies sein na los komm weg uns okay okay also Engelton ist hier lang so diese Barriere muss da weg ja du kannst deine Mission als Primärziel du kannst einen beliebigen Ort okay so steig ins Auto wow Ronda 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 Alter Schwede ey wow sind das viele Zombies alles klar okay komm da ich bin da oder ich hau schon nichts da ab würde ich dir auch empfehlen und wie flüchtet der jetzt ah ok natürlich sowas dachte ich mir schon Hilfe oh ok level 2 erreicht ey was auch immer das macht oh du hast noch nicht alle Atributpunkte du hältst dir mal an schon mit einer ganzen Verbesserung freischalten manche Verbesserung kosten mehr als eine Atributpunkte da 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 Punkt durch die ah tötet Zombies schließt nehmens her und umstelle dich ok gibt es drei weitere Reiter auf dem Schildschirm ok ich verstehe vier Räder ach ok ok Kombikategorien lieber ein bisschen länger also länger verstehst du Intelligenz wer ist findet das behalten jetzt kannst du alle Sammel finden mhm ok ich verstehe ok keine Ahnung was er jetzt gemacht hat lasst los ok yes es lädt ich will nicht dass es lädt die ganze Stadt ist am Arsch wahrscheinlich sogar das ganze Land wo ist die Polizei wo bleibt die Armee hier sind wir eine Weile sicher ja ok sieh dich lieber um dass auch alle weg sind ok alle hey warte mal alter Kerl hat einen dieser GPS Zombrex Chips da hey die sollen doch Infizierte mit Zombrex versorgen damit sie sich nicht verwandeln und ja wow ok get shipped now ok interessant verdammt die Glotze ist wieder kaputt ich muss mich um die Kabel kümmern ich denke ich bin ein paar hier von Nordhevnik schau doch mal nach ob du da draußen was findest was mal kurz in den spanischen Modus gegangen alles klar warum auch nicht verdammt oh scheiße hey hey moment oh oh hallo bitte wir brauchen Hilfe wir stecken feste ich sehe wie sich dein Mund bewegt aber ich höre nichts was ich höre dich nicht man dein Mikrofon ist kaputt verdammt ich kann sie hören sie können mich sehen oder können sie helfen sind sie ein Korb ich ein Korb der war gut man ich bin ein Profitechniker für Büro Hygienemanagement nein als es ernst wurde bin ich einfach nur weggerannt hab mich in so einem Überwachungsraum verstanden diese zombie verteidigung scheiße das ZVK ja eine leiche hat die tür offen gehalten da hab ich mich sofort hier eingeschlossen ich bin jamie flint nick ja ich hab's auf dem hemd gelesen cowboy also so sieht es aus ich erreiche nur dich sonst niemand oh man aber so übel ist es gar nicht ich habe Chips und lauter Monitor was zum Teuchel dieses Zivil Verteidigungssystem ist erkrankt ja pass gut auf dieses Ding auf ich melde mich wenn ich einen Leben in Seher der Hilfe braucht und vielleicht kannst du mir auch noch mit ein paar extra Jobs aushelfen wenn du so freundlich wärst what the fuck okay hey ronda ronda ich hab ne dam äh ne walze alles klar hallo und wie komm ich da raus oder komm ich überhaupt raus oh da ne befindet sich ein kombi bauplan springteufel okay springteufel spielzeugroboter und pappkarton mhm also warte ich hab hier einen pappkarton wenn ich jetzt hier drin noch ist das ein spielzeugteufel oh mein god ernsthaft was was soll es sein okay naja ist ja wurscht ist ja wurscht ja wo denn oh mein god die steuerung help me ja der typ da oben der ach hier ist auch noch einer okay erkunde während ronda beschäftigt ist ach so ich ich was ein geht anruf zeichnen der stadt neue nebenmission Okay. Oh, nice. Alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier gleich Pause. Und dann machen wir hier gleich weiter. So, und machen jetzt Pause. So. Vielen Dank, was Zuschauer hat euch gefallen. Wenn ich vor allem in dem nächsten Video bei Dead Rising 3 mit mir dabei sein. Meine Damen und Herren, ich sage euch heute, auf Wiedersehen. Tschüssi.